Hallo, mein Name ist Willy Wonka, ich bin hier bei Hedwig zu Gast. Das ist Hedwigs Burg und Hedwig, die Großherzogin von Bayern, verwandt mit Kaiser Friedrich III., als auch mit Ludwig Maximilian I., ist heute Abend mein Gast hier in dieser Burg, inklusive diesen großartigen Menschen hier um mich herum. Und jetzt gibt es eine kleine Willy Wonka-Performance mit World Bang Beats. Viel Spaß! So Kinder, ihr dürft jetzt mal hier die Tickets verteilen. Das sind die Tickets. Darf ich hier mal eine Staple Tickets geben? Bitte einfach mal jedem, der hier steht, ein Ticket geben, weil ohne Ticket keine Musik, denn Musik kostet was. Ja, das ist das Gitter. Held mir doch, rennt rum und gebt jedem Menschen ein Ticket. Da gibt es mal, Sport magst du auch rumrennen? Hier, rennt da auch ein bisschen rum. Können wir da mal ein bisschen Bewegung in die Hüften sehen, da vorne auf die Reihe kommen wir mal ein bisschen mehr, dass ich das besser sehen kann. Ich bin immer da, der ist auf die Reihe. Er ist auf jeden Fall, rechts, rechts und rechts. Jeetal, rechts und rechts und rechts. Rechts, rechts und rechts. Alles nicht wahr? Links und rechts. Rechts und rechts. Richtig, rechts und rechts. Was? Satzierschein nicht vergessen. Jawohl. Satzierschein im Bild. Meine Damen und Herren, kommen Sie näher, kommen Sie näher. Kinder, das ist der Zauberstab. Habt ihr gesehen, wie der Musik macht? Auf einmal kommt da Töne raus. Ja Wahnsinn. Aus meinem Hut kommt gleich ein rosarotes Kaninchen raus. Die hat mich noch schaum, da kam kein rosarotes Kaninchen raus. Das ist ganz schön anstrengend, um die Karinelle zu pusten. Die haben keine Ahnung. Also, einmal probieren wir es doch mal. Die hat mich noch schlauert. 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 Musik 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 Genauso mit den Nachbachern. Meine Damen und Herren, das Alter hat es Ihnen vorgemacht. Wo sieht es aus, wenn man sich bewegt? Hallo? Das ist hier Friedmusik. Ja, das geht zum Kiel. Kinder, könnt ihr euch hier mit dem Sport? Geil, drehen! Juhu! Eine Gelände, drehen! Kommen Sie her, kommen Sie her! So, kommt die Gelände! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, machen wir das! So, für das Erste gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ist noch jemand da, will noch jemand mehr? Applaus bitte hier, rote Kiste, einfach die Coins jetzt reinwerfen. Per QR-Code, Bitcoins überweisen, alles möglich. Los geht's! Dankeschön, Applaus, danke, danke. Willi Wonka, mein Name. Vielen Dank. Danke. Jawohl. Kiste. Auch wenn... ... ... ... ...